was war das für ein schaden hey leute herz willkommen zu der runde paladins vorerst wir haben kein tank das wird schon mal richtig interessant und ich spiele viktor ich nehme immer die legendary eigentlich schrapnel weil die granate von ihm mega krass ist mein deck einmal was mit dieser legendary auch sehr gut funktioniert eben für jeden gegnerischen champion der videospieler granate getroffen wird wird die abklingen seiten vier sekunden reduziert und die abklingen zeit liegt nur bei 88 sekunden glaube ich ja und das heißt wenn ich zwei leute mit dieser granate treffe kann ich direkt noch mal wer dass ich schneller rein und rauszummen ziemlich praktisch ein bisschen mehr munition ein bisschen mehr leben und ein bisschen schneller laufen wie immer das ist direkt carter ist wir haben einen bomb king mich ein jenis eine mief und eine willow die gegnern ruckus ne kinesa ne service ne lian und ne eevee so hier ist schon mal nichts los boah jungen wird doch nicht so geheilt alter fuck ich höre doch schon die loll was machst du denn hier alter hau ab du snabst hier gar niemand ich komme scheiße warum kriegen wir keine over time die war doch drauf oder juni juni hallo warum hat man springt nicht aktiviert der grundgedanke von diesem deck ist eigentlich hin rennen dann gezielt einen komplett zu zerstören und dann nachladen weg und den nächsten fokussen und mit der nade ist natürlich auch möglich mehrere zu treffen alter was machst du denn hier alter verraten wir das mal boah wie der geschreddert wird da oben alter du bist jetzt auch geschreddert jawoll oh fuck help me lol das sind so viele oh scheiße mein ganzes team ist tot ich glaube lol definitiv nicht dass victor derjenige ist der am meisten damage macht jetzt unbedingt der beste damager ja es gibt definitiv welche die haben am ende der runde schlicht und einfach mehr äh mehr damage aber mit victor kannst du halt sehr gut gezielt einzelne ziele ausschalten so jetzt guckt euch mal diesen aufwack 10 9 10 7 6 5 4 3 2 so geschreddert overtime geht jetzt nicht klar aufwack I don't wanna die 3 3 3 3 4 3 5 5 6 5 5 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 Richtig schnell schießt und Granaten und so. Es macht so wahnsinnig Spaß, Victor zu spielen einfach. Weil du kannst hier rumsprinten und Leute komplett schreddern. Und dann die nächsten, wir halt so und so. Also, es bockt sich schon richtig. Guckt euch das an. Wir haben einfach das Payload, Wahnsinn. LOL. Hallo, Eisblock, Eevee. Get rekt. Fuck, ich werde... LOL, I'm alive. Hi, Willow. Wir sind beide low as fuck. What the fuck? Übertreib halt. Ohohoho. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich lebe. What the fuck? Was habe ich getan? Wie lebe ich noch? Jawoll. Hallo. Was war das für ein Schaden? Nade. Oh. Was war das für ein Schaden? Digga, habt ihr das gesehen? What the fuck? Was war das für eine Granate? Auch wenn ich gestorben bin und meine... Und meine... Killstrein verkackt hat, ja? Was war das für eine Granate? Alter. Und wir führen tatsächlich 3-1, obwohl... Eigentlich von unserer Teamaufstellung her, wir nicht so aufgestellt sind. Irgendjemand... Ich glaube, meine Willow vermutet, dass ihr Saracen-Bot ist. Ähm... Das ist möglich. Das wird auch erklären, warum wir... In der Lage sind, sie zu zerstören. Oh, ja. Ich glaube, die... Oh, lol. I'm getting wrecked. Oh, ho, ho. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Alter. Was du teilweise überlebst, weil du einfach so komplett wegrennen kannst. Das ist so geil. Zack. Immer mal ein bisschen dismounten hier. Leute, was machst du denn hier? Hä? Ich glaube, die ist echt ein Bot. Wie retarded kann man denn sein? Oh, scheiße. So, in der Overtime. Ich will drauf taunten. Yeah! Was eine coole Runde, Alter. Wozu ich noch gar nichts gesagt habe. Ähm... Dieses Update von Victor. Diese Skin... Sieht jetzt schon extrem geil aus, finde ich. Aber... Ich benutze trotzdem meinen Grün-Skin hier. Allein schon, wegen dem Stimmpaket. Ich habe euch hier im Folgenden einfach noch ein paar coole Aktionen, die ich noch hatte, ähm... Mit Victor, äh... Reingeschnitten. Viel Spaß. Putz! Putz! Across the map! Oh! Nochmal. Schön. Komm her, Cassie, komm her. Zack. Schön. Schönes Ding. Sehr schön. LOL! Boah! Digga, erschreck mich doch nicht so. Ich muss sagen, die Kinesa ist ziemlich scheiße, finde ich. Die hat mich noch 20.000 Mal schon killen können, Alter. Ich bin nicht gewusst, dass sie da ist. Komm. Zeit, um den Punkt aufzuräumen. Hallo? Ich will schießen. Danke. So, du bist tot. Double kill. Warum wurde er gehealt? Alter, ich hätte den gehabt. Ich hätte den Triple kill gemacht. Dieser scheiß Pip. Carterize. Die. So. Jetzt wird hier keiner mehr gehealt. Komm jetzt ran, Lex. Gut. Ich kann es dir nicht auch. Dich nehme ich auch. Cassie, dich auch. Okay. Lex. Und ich will nicht sterben. Komm. Ohohoho. Alter. Ohohoho. Guys.